Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf Theominecraft. In dem heutigen Video möchte ich euch etwas ziemlich besonderes zeigen und zwar eine Art System, was ich entworfen habe. Ihr braucht dazu Commandblöcke und als erstes erstellen wir uns mal eine neue Welt im Creative. Ganz wichtig, es müssen Cheats on sein. Dann generieren wir nun diese Welt, ist jetzt egal, zum Beispiel für euren Server ist das ziemlich wichtig. Und wir spawnen jetzt an dieser Welt auf diesen Punkt. Ihr seht diesen Punkt, hier ist ein schönes großes Spawngebiet. Und jetzt markieren wir uns diesen Punkt, weil wir jetzt Serverinhaber sind und uns einen wunderschönen großen Server aufmachen. Das ist jetzt der feste Spawnpunkt, denkt ja jeder. Und dann machen wir jetzt mal hier so einen kleinen Raum hin, überlegen uns mal so einen kleinen Raumschilder. Herzlich willkommen auf meinem Server. Und der Spieler, der nun hier spawnt, soll jetzt irgendwie hier erstmal sich die Regeln durchlesen etc. Allerdings werdet ihr merken, dass nicht jeder Spieler hier spawnt, sondern eigentlich hier nur einmal. Denn wir haben hier ein sogenanntes Spawngebiet. Das könnte so groß sein, das könnte so groß sein. Im Prinzip ist es so eine Art kleiner Kreis oder kleines Quadrat, in dem die Spieler spawnen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass der nächste Spieler hier spawnt, ist verschwindend gering. So und wie machen wir das jetzt überhaupt? Dass die Spieler alle genau exakt an diesen Punkt spawnen. Und das geht mit meiner Maschine. Ihr braucht dazu zwei Hoppers, einen Redstone Comparator, drei Repeater und Command Blöcke. Den könnt ihr bekommen mit Slash, GIF, dann euren Spielernamen. Am besten einmal Tab drücken. Und dann Command, kleingeschrieben, unterstrich Block. Schon habt ihr das Wunderding. Die Hoppers baute einen hin. Mit Shift, haltet ihr gedrückt, baut den anderen Hopper hier hin. Den baute weg und wieder ein Hopper dran. Dass die so miteinander verbunden sind. Das, was ich euch jetzt zeige an Technik, solltet ihr natürlich später in den Boden reinsetzen. Oder irgendwo, wo ihr es wiederfindet. Wichtig bei der ganzen Technik ist, sie muss innerhalb des Spawngebietes sein. Das heißt, sie muss unmittelbar in der Nähe eures Spawnpunktes sein. Ansonsten funktioniert die Technik nicht so gut. Dann ein Comparator. Repeater, Repeater. Command Blöcke. Und fertig. So, das ist der Aufbau. Jetzt tun wir noch hier oben Gras drauf. Und bevor wir jetzt ein Item hier reinwerfen, müssen wir erst diese Command Blöcke programmieren. So, und den ersten geben wir folgendes ein. Ich schreibe das einmal im Chat vor. Scoreboard, Players, Set. Nee. Quatsch. Entschuldigung, vergesst das, was ich gesagt habe. Erstmal brauchen wir überhaupt eine Variable. So, und dazu würde ich euch empfehlen, wiederum zwei Command Blöcke zu machen, mit dem ihr die Variable jederzeit resetten könnt. Das ist ungemein wichtig. Warum, werdet ihr auch gleich erkennen. Und dann werdet ihr auch erkennen, wie genial das ganze Ding ist. Das bauen wir wie folgt. Ein Button. Und dann zwei Command Blöcke mit einem Repeater versetzt. Am besten auf vierte Stufe. Aber es reicht auch erste Stufe. Das ist egal. Hauptsache, die beiden werden nicht direkt aktiviert, sondern hintereinander. Und in den ersten schreiben wir Scoreboard, Objectives, Remove, Spawn. Und in den zweiten schreiben wir Scoreboard, Objectives, Add, Spawn, Dummy. Das muss wirklich so bleiben. Okay, Spawn könnt natürlich auch was anderes schreiben, aber lasst es mal besser so. Und jetzt noch ganz wichtig. Ich kopiere mir das mal in den Command Block rein. Das müsst ihr nicht machen, aber ihr könnt zum Beispiel jetzt machen, Registrierte oder Spieler auf dem Server. Doppelpunkt. So, was ich damit meine, werdet ihr gleich sehen. Wenn ihr noch zum Beispiel jetzt rechts am Bildschirm auch anzeigen wollt, wer alles auf dem Server bereits drauf war, sozusagen eine Spielerliste, dann könnt ihr dieses Spieler auf dem Server noch ergänzen. Ansonsten lasst ihr es bei Add, Spawn, Dummy. Und wenn das auch der Fall ist, macht ihr noch einen Command Block hier hin und schreibt hier rein, Scoreboard, Objectives, Set, Display, Sidebar, Spawn. Spawn. Das kopiert hier rein, Enter, fertig. So, und jetzt drückt ihr auf diesen Knopf. Ihr seht, im Chat schreibt sich auch schon alles. Das Objekt Spawn wurde erstellt und wurde rechts an den Bildschirm gesetzt. Nur weil jetzt noch kein Spieler bei diesem Objekt deklariert worden ist, also diesem Spawn-Variable zugeordnet ist, wird das noch nicht rechts angezeigt. Aber in Wirklichkeit ist es schon da. Als nächstes schalten wir mal aus, dass im Chat die ganze Zeit hier diese Nachrichten kommen mit Game Rule, Command Block, immer Tab drücken zum Ergänzen, Command Block Output, False. Und schauen, wird das nicht mehr geschrieben. Und ihr seht, naja, was das jetzt hier macht, ist ganz simpel. Es löscht die Variable Spawn und erstellt sie neu und setzt den Display rechts hin. Richtig, eigentlich leicht. So, und nun kommen wir zu diesen Wunder-Command-Blöcken, die dafür sorgen, dass alle Spieler hierhin teleportiert werden und noch mehr machen können. Was ich damit meine, werdet ihr gleich sehen. Es ist einfach episch. In den ersten Command-Box schreiben wir Scoreboard Players Set at P. Das kopieren wir mal so rein. Scoreboard Players Set oder at R würde ich so sagen. Das heißt, irgendein Spieler, dann eckige Klammer auf, Alt G und 8 oder Alt G, R und 9 zum Klammer zuschließen. Das solltet ihr hoffentlich kennen. Ansonsten schaut euch meine Command-Block-Serie an. Da rein schreiben wir Score-Spawn gleich 0. Das heißt, Scoreboard setzt nun irgendein zufälligen Spieler, wegen Random, dessen Score von Spawn höchstens 0 ist. Spawn auf 2. Das heißt, wenn es einen Spieler gibt, der Spawn auf 0 hat oder kleiner als 0, wird dessen Score auf 2 gesetzt. So, jetzt haben wir uns einen Spieler rausgepickt. Sagen wir, drei Spieler kommen nämlich gleichzeitig auf den Server an. Picken wir uns einen dieser drei Spieler raus, weil alle drei, sobald ihr das erste Mal auf den Server kommt, diese Variable Spawn auf 0 habt oder nicht deklariert ist. Aber das ist kompliziert. Merkt euch einfach, dass die Variable am Anfang immer auf 0 ist. Wir picken nun einen Spieler raus und nun können wir schreiben Scoreboard players set at p, dessen Score von Spawn mindestens gleich 2 ist. Ganz wichtig ist hier, das mindestens zu beachten, weil mit diesem hier, mit diesem Command, sozusagen wählen wir diesen gepickten Spieler aus. So, und was mache ich hier? Ich schreibe Scoreboard, nein Quatsch, ich schreibe jetzt einfach tp, dann den Spielernamen und jetzt auf die Koordinaten. Da drücken wir f3. Sobald die 1.8 rauskommt, wird das auch viel ordentlicher sein. Derzeitig ist das noch hier, oben ist x, dann haben wir hier y und hier z. x ist 45, y ist 65. Wichtig, hier steht 64, geht aber immer ein Block höher. Das ist ganz wichtig. Und dann 260. Das kopieren wir uns auch nochmal hier in den Command-Block rein. Dann kopieren wir uns den ganzen Command-Block. STRG A, STRG C, STRG A zum Markieren, STRG C zum Kopieren und STRG V zum Einfügen. Mein Gott, was man nicht alles bei mir lernt. Und diesmal ersetzen wir das tp durch Spawnpoint. So, und nun ist es auch wichtig, dass hier diese y-Koordinate, die die Höhe in Minecraft beschreibt, ein Block höher ist. Ansonsten funktioniert das mit dem Spawnpoint nicht. So, als nächstes machen wir noch eine Message, die dem Spieler gesagt wird. Dazu müssen wir unseren Command-Block umbenennen. Das machen wir ganz simpel mit einem Amboss. Command-Block rein, umbenennen zu UPServer. Oder wie auch immer euer Server heißt, keine Ahnung. Das ist euch überlassen. Und hier schreiben wir tell, wieder add p, dessen Score von Spawn mindestens gleich 2 ist. Willkommen auf dem Server. Und jetzt könntet ihr noch sowas ergänzen wie, bitte liest ihr die Regeln durch. Als nächstes machen wir Command-Block noch darüber und machen nun eine globale Nachricht, die an alle Spieler auf dem Server geschickt wird, mit say. Und dann add p, dessen Score von Spawn mindestens gleich 2, habe ich hier auch 2 geschrieben, ja. hat sich registriert. Ja, Ausrufezeichen. So, das wird nur alle gesagt. Also hier wird lediglich dann der Spielername im Chat angezeigt. Und zu guter Letzt müssen wir nun dann diesen Spieler abspeichern, sozusagen, indem wir folgendes machen. Scoreboard Players Z at Pi, dessen Score von Spawn mindestens gleich 2 ist, Spawn auf 1. Scoreboard Players Z at Pi, dessen Score von Spawn mindestens gleich 2 ist, Spawn auf 1. Jo, hä, was macht denn jetzt diese Technik an alle Dummies von euch? Ähm, es landen 3 Spieler auf dem Server, die haben alle Spawn auf 0. Einer dieser Spieler wird nun rausgepickt, jedes Mal, wenn hier ein Signal durchgeht, das geht sehr schnell hintereinander. Einer dieser Spieler wird herausgepickt, dieser Spieler wird teleportiert, sein Spawn-Probel gesetzt, eben wird eine Nachricht in den Chat geprintelt, also Hallo und Willkommen auf dem Server oder sowas. Und es wird einmal im Chat gesagt, mhm, mhm, hat sich registriert. Danach wird dieser Spieler auf 1 gesetzt, von Spawn auf 1, und da er nicht mehr 0 hat, wird er beim nächsten Mal nicht mehr rausgepickt. Das Ganze geschieht mit den anderen 2 Spielern, und alle Spieler wurden erfolgreich verarbeitet. Dann schmeiße ich jetzt einfach mal hier, ähm, in die Item-Hopper etwas rein, und wir schauen mal, was passiert. Zck, Deo-Minecraft hat sich registriert, und ich bekomme noch die Nachricht, Juppie-Server-Whispers-To-You, Willkommen auf dem Server-Punkt. Juhu, und das Ganze hat jetzt einmal funktioniert, und ihr seht auch rechts, Spiele auf dem Server Deo-Minecraft. So, und wenn ich jetzt hier auf diesen Knopf drücke, werden sozusagen alle Spieler nochmal neu registriert. Das ist vor allem dann besonders, wenn ihr zum Beispiel die Regeln eures Servers ändert, und wollt, dass sich alle Spieler nochmal die Regeln durchlesen, dann drückt ihr einfach auf diesen Knopf, und alle Spieler, sobald sie das nächste Mal auf den Server gehen, oder gerade auf den Server sind, werden hier hinterleportiert. Ein absolut mega geiles Feature, weil, guck mal, ich gehe jetzt auch aus der Map raus, und gehe wieder rein, und ihr seht, tadaa, ich bekomme keine Nachricht in den Chat. Das Ganze ist noch erweiterbar, und im nächsten Video zeige ich euch noch eine andere Funktion, und das war's erstmal soweit. Wenn's euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Wenn euch alles, was ich tue, gefällt, dann lasst ein Abo. Das freut mich immer, weil ich dadurch sehe, dass das, was ich mache, zu euren Gunsten ist. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Leute, macht's gut, und ciao. Für euch ein Projekt mitgebracht. Wie ich gesehen habe, auf YouTube gehört das zu meinen erfolgreichsten Videos, wo ich das Projekt schon mal gezeigt habe. Allerdings, diese Version des Projektes habe ich nie rausgebracht, weil, dank dem Versionsupdate, das alles nicht mehr funktioniert hat. Ich habe mir gedacht, Mensch, wenn ihr das alles so toll findet, mache ich das Ganze nochmal, und diesmal ordentlich, diesmal größer, diesmal besser, diesmal geiler. Ich präsentiere euch...